Du machst mich zu deiner Stellvertreterin? Also ich soll das hier übernehmen, während du morgen... Während ich morgen auf die Malediven zum Golfen fliege, richtig. Ska, du bist total durchgeknallt. Könntest du bitte einfach deinen Job machen? Und Entscheidungen treffen, die diesen Laden nicht zwangsläufig vor die Wand fahren? Ach, du meinst, ich soll dich zu meinem Stellvertreter machen? Weil wie blöd hältst du mich eigentlich? Jetzt gerade? Wo du nichts anderes mehr kennst als deine Rache an Alexa Berg? Du hast sie nicht mehr alle. Du mutest ihr zu viel zu. Sie hat keine Ausbildung, keine Erfahrung. Sie kann das nicht schaffen. Ja, hast du mir nicht geraten, ich soll eine Auszeit nehmen? Danke, Kim. Wo bleibst du denn? Du solltest doch... Sie macht gar nichts mehr für dich, Rebecca. Ansgar hat sie gerade in einem Anfall von Wahnsinn zu seiner Stellvertreterin gemacht. Das ist jetzt ein Witz. Du. Ich bereite gerade meine neue Kollektion vor. Und die Prêt-à-Portier-Kollektion muss auch angestoßen werden. Jetzt hör mir zu, wenn du mir nachhältst, drüber auch noch Kim vor die Nase setzt. Okay, jetzt reicht's mir. Damit mal eins klar ist. Ich bin Chef in diesem Laden. Ich entscheide. Dann werde ich dich für unzurechnungsfähig erklären lassen. Das ist nach der Nummer hier kein Problem. Versuch das mal, Tanja. Kim, du musst ja nicht gleich vor Begeisterung tanzen, okay? Was? Du hast es doch nur gemacht, weil du den Bein in eins reindrücken wolltest, oder? Blödsinn. Das ist ein netter Nebeneffekt. Ist das nicht witzig? Kim, hör zu. Die anderen haben doch recht. Ich bin Design-Assistentin. Und plötzlich soll ich dich bei LCL und in der Bank vertreten? Ich hab doch überhaupt keine Ahnung von so einem Geschäftskram. Man könnte ganze Bücher füllen mit dem, was Kim nicht weiß. Er hat das gemacht, weil ich mit Dr. Mendes über ihn geredet habe. Dieser Hass auf Alexa, das ist doch nicht normal. Und red Dr. Mendes auch zu einer Therapie. Er vermutet bei Ansgar ein posttraumatisches Stresssyndrom. Ansgar war immer schon Fall für die Klapse. Vielleicht sollten wir doch dafür sorgen, dass er auch da landet. Kim, Tanja wird alles tun, um an die Macht zu kommen. Ich kann ihr und dem Seppel nicht trauen, okay? Ich soll Chefin spielen und Tanja im Auge behalten? Spinnst du? Kim, du bist viel stärker, als du aussiehst. Hör zu, ich weiß, dass ich dich damit ins kalte Wasser schmeiße. Aber ich weiß auch, dass du an dieser Aufgabe wachsen wirst. Ja. Und Tanja bindet mich auf die Streckbank. Ja, schon gut. Ich lasse Kim in Ruhe. Ohne Gutmenschentum war das Leben einfacher. Ach, ich mag die neue Tanja. Aber ein Fehler. Und die kleine Shoppingmaus ist schneller von Ansgars Stuhl runter, als sie nach Papi schreien kann. Kim, du wirst keine Fehler machen, weil ich dich nicht allein lassen werde. Wenn Entscheidungen anstehen, kannst du mich jederzeit anrufen. Tag und Nacht, egal wie beschäftigt ich bin. Gehst du wirklich nach Bolivien? Ich muss. Alexa Berg wurde in Santa Cruz gesichtet. Außerdem dachte ich, du verstehst das. Ich verstehe das auch, aber da habe ich noch nicht gewusst, was für Konsequenzen das für mich hat. Hör zu, in den nächsten Wochen stehen keine wichtigen Sachen an. Wahrscheinlich musst du dir den üblichen Kram gegenzeichnen und das war's. Ich weiß noch nicht mal, was der übliche Kram ist. Tanja kann mir irgendwas unterschieben und ich merke das nicht mal. Ansgar, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll und... Hör zu, du hast etwas, was viel wichtiger ist. Du hast Willenskraft. Du allein hast Alexa Bergs Falschaussage widerlegt. Du hast mich aus dem Knast geholt. Nicht mein Anwalt, nicht Sebastian, du allein. Ohne dich wäre ich immer noch dort. Und deswegen weiß ich auch, wenn du dir etwas vornimmst, dann schaffst du es auch. Außerdem wird es langsam wirklich mal Zeit, dass wir dich auf meine Nachfolger bei LCL vorbereiten. Oder willst du ehlisch für Rebecca Knöpfe sortieren. Naja, ich... Wird so eines Tages werden du und Hannes LCL übernehmen. Dann werdet ihr dieses Familienunternehmen führen. Vertrau auf dich. Hallo. Sorry, dass ich so spät bin. Schade, was haben wir schon gegessen? Ähm, ja, ich habe auch schon mit Ansgar gegessen. Er wollte mich nochmal sehen, bevor er auf die Maledigen fliegt. Hast du was von Emilio gehört? Ist das schon dein Karakas? Ja, ich habe gerade mit ihm telefoniert. Er ist vor ein paar Stunden gelandet. Seiner Mama geht es wohl nicht so gut. Es funktioniert wahrscheinlich mit der Niere nicht mehr richtig. Gott, das ist ja furchtbar. Ja, er bringt sie dann auch gleich ins Krankenhaus. Dann grüß mal schön. Und sag Bescheid, wenn wir irgendwas tun können. Champagner? Gibt es was zu feiern? Mhm. Alles Garten nicht befördert. Du hast einen neuen Job? Gratuliere. Super. Was? Erzähl. Ich bin die neue, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Lahnstein Enterprise. Du bist was? Ja. Ich bin Ansgars offizielle Stellvertreterin. Also darauf müssen wir erstmal anstoßen, ne? Ist er jetzt völlig übergeschnappt? Wie kommt er dazu, dir so einen Posten hinterherzuwerfen? Tja, du hast überhaupt keine Ahnung von Unternehmensführung. Geschweige denn von Bankwesen, Wirtschaft. Ja gut, das muss ich lernen. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Kim, wir reden hier nicht von irgendeiner Pommesbude, sondern von einem riesengroßen Unternehmen mit hunderten voll Angestellten. Offensichtlich hat Graf Lahnstein dir das zugetraut. Ach so ein Quatsch. Der weiß genau, dass sie nichts weiter ist als eine Marionette, die von Toten und Blasen keine Ahnung hat. Ich dachte, du freust dich für mich. Das würde ich auch, wenn du dir diese Beförderung verdient hättest. Was? Ich arbeite seit über einem Jahr bei LCL und ich bin viel mehr als nur Ansgars Marionette. Ja, du bist Designassistentin. Aber das auch nur, weil Ansgar dir diesen Job zugeschustert hat. So, vielleicht beruhigen wir uns alle. Weil er erkannt hat, dass ich für diesen Job die Beste war. Er glaubt an mich, im Gegensatz zu euch. Wir wollen dir diese Beförderung doch auch gar nicht mies machen. Es ist nur, wir machen uns Sorgen um dich. Ach ja? Weil ich einmal so etwas wie Erfolg haben könnte? Nein, dass dir dieser Job einfach zehn Nummern zu groß ist. Weißt du, was du da für eine Verantwortung trägst? Du musst Entscheidungen treffen, die kannst du gar nicht überblicken, weil du dich einfach in der Materie nicht auskennst. Gut. Schön, dass wir geklärt haben, für wie blöd ihr mich alle haltet. Kim. Du bist gerade mal 20. Du hast nicht studiert, du hast nicht mal eine Ausbildung. Und jetzt sollst du so einen großen Konzern leiten. Das ist kompletter Wahnsinn. Weil du mir nichts zutraust. Ansgar glaubt an mich und er unterstützt mich. Ja, und darum geht auch Golf spielen. Und du kannst zusehen, wie du alleine klarkommst. Marlene hat völlig recht. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, so einen Konzern zu leiten? Wenn du Chef bist, dann musst du da Sachen unterschreiben und da bist du auch völlig verantwortlich für und ich kann dich da nicht mehr raushauen. Ich soll mir was zutrauen. Das hat Ansgar auch gesagt. Wann ist denn dein erster Arbeitstag? Morgen. Und? Hast du dir schon was für deine Amtseinführung überlegt? Ist deine Rede schon fertig? Äh, was für eine Rede? Naja, ist es bei so einer Gelegenheit nicht üblich, dass man was sagt? Achso, die Rede. Ja klar. Alles hier drin. So, liebe Mitarbeiter, liebe Kollegen, liebe Familie, wieso Familie? Nee. Darf ich kurz dörren? Wenn du mir wieder reindrücken willst, für wie unfähig du mich hältst, dann kann ich gerne darauf verzichten. Das habe ich gar nie gesagt. Ich habe einfach Angst, dass dich der Job überfordert. Weil du denkst, dass ich ein Loser bin? Nein. Weil ich denke, dass es dir an Wissen und Erfahrung fehlt. Was willst du jetzt eigentlich von mir? So ein bisschen realistische Selbsteinschätzung würde mir für den Anfang schon genügen. Geht's noch? Weißt du eigentlich, wie jung und unerfahren ich war, als ich nach Amerika gegangen bin, um da Karriere zu machen? Ja, aber du hast es geschafft. Ja. Ich hatte aber auch kein Wirtschaftsimperium am Hals. Ich habe nur gesungen. Und ich hatte einen verdammt guten Manager. Anschein Enterprises ist ein hartes Pflaster. Und ich möchte nicht, dass du da unter die Räder kommst. Marlene, ich passe schon auf mich auch. Trotzdem. Es ist noch nicht zu spät, wenn du nur den leisesten Zweifel hast. Du kannst Ansgar immer noch anrufen und ihm sagen, dass du den Job nicht willst. Aber ich will doch den Job. Ich an einer Stelle hätte echt große Angst, es nicht zu schaffen. Ich habe keine Angst. Ich sage dir jetzt mal, wer es hier nicht auf die Reihe kriegt. Du. Deine Karriere ist schon längst vorbei und meine fängt erst an. Und das kannst du nicht aushalten. Okay. Wenn du das so siehst, dann sollte ich ja wohl besser gehen. Ja, das denke ich auch. Ist sie krank? Nein, ihr Vater hat den Verstand verloren. Egal, du wirst es eh morgen erfahren. Kim ist nicht mehr meine Assistentin, sondern meine Chefin. Ja, sie wird Ansgars Stellvertreterin. Und da der ab morgen im Urlaub ist, wird die Designassistentin ab sofort alle Geschäfte führen. Oh. Mir fallen dazu noch ein paar andere Worte ein. Ich habe zwar noch nie so eine Trendrecherche gemacht, aber wenn du es mir erklärst, dann müsstest du aber eine Nachtschicht einlegen. Ich brauche das morgen. Mach doch nichts. Ich habe mir jetzt nämlich vorgenommen, mich nur noch auf das zu konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist. Und dieser Job hier ist mir sehr wichtig. Kim, dein Vater ist schon los. Ich soll dir ausrichten. Ganz liebe Grüße und du schaffst das schon. Also, die Show kann beginnen. Ich schaff das. Ansgar hat recht. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass alle gekommen sind. Um es kurz zu machen, in Vertretung von meinem Vater, Ansgar von Lahnstein, leite ich ab sofort hier alle Geschäfte. Also, alles hört auf mein Kommando. Oh Mann, was soll ich denn das schaffen? Hey, Baby, bist du das? Hey, Emilio. Hab ich dich geweckt? Quatsch, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Ich würde Mama nicht allein lassen. Scheiße, sie sieht nicht gut aus, Kim. Oh Gott, es tut mir leid. Äh, ja, hat man denn schon irgendwas rausgefunden? Nur, dass es wohl um ihre Niere geht. Sie hat große Schmerzen. Ich hätte sie am liebsten gleich wieder mit nach Hause genommen. Hey. Du, das, das, das wird ganz bestimmt wieder, okay? Wie läuft das bei dir? Gibt es was Neues? Nein. Nichts. Auch so, dass du mir fehlst. Du mir auch, Baby. Lass uns morgen nochmal telefonieren, okay? Ich, ich hau mich jetzt aufs Ohr. Okay. Schlaf gut. Träum was Süßes. Ich lieb dich, ja? Und ich dich. Stecker reinstecken könnte helfen. Morgen. Na los, sag's schon. Wer zu blöd ist, um zu tosten, der ist auch zu blöd, um eine Firma zu leiten. Gut siehst du aus. So seriös? Da fällt der Rest nicht so auf. Morgen. Na? Gut geschlafen. Falls du hergekommen bist, um mir den Tag zu versauen oder mir den Job auszureden. Danke, das hat Papa schon gemacht. Ach, der Toaster, der war übrigens gestern schon kaputt. Deshalb habe ich Brötchen mitgebracht. Ohne anständiges Frühstück lasse ich dich heute bestimmt nicht aus dem Haus. Was ist mit dir los? Unser Streit von gestern, das tut mir leid. Ich hätte dir Mut machen sollen. Und da du ab heute sowieso jeden gegen dich hast, da dachte ich, dass zumindest eine Verbündete nicht schaden könnte. Wenn ich dir helfen kann, dann werde ich es tun. Danke. Und, ähm, mir tut es auch leid. Ich habe noch was vergessen. Marlene, wenn du deiner Schwester helfen willst, dann sieh zu, dass sie diesen Wahnsinn aufgibt. Papa, Kim braucht uns jetzt. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Das will ich auch gar nicht. Aber ich werde sie in dieser Sache auf keinen Fall unterstützen. Ich werde dir heute nicht von der Seite weichen. Da sind noch Brötchen drin. Kim, schön, dass du kommst. Marlene wird dich in den nächsten Tagen auf Stand bringen, okay? Okay. Warst du doch wieder Zweifel? Nö, es geht schon. Ich bin trotzdem froh, dass ich nicht vor der ganzen Belegschaft alleine stehen muss. Ich würde wahrscheinlich peinlich rumstottern und heulend wegrinnen. Ach so, die offizielle Übergabe. Ja. Wann geht denn dein Flieger? In einer Stunde. Der Fahrer holt mich in fünf Minuten ab. Was? Ich soll ganz alleine vor der kompletten Belegschaft stehen und, und, und denen erzählen, dass ich deine Stellvertreterin bin? Kim, du schaffst das schon, okay? Außerdem ist es nur eine Begrüßungsrede. Kleiner Tipp von mir. Halt dich kurz, wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast. Du kannst mich anrufen. Jederzeit, okay? Viel Glück! Ich bin tot? Nein. Kim, ich habe das Memo schon rausgeschickt, also viel Glück. Zum Vater kann ja jeder Karriere machen. Ja. Guten Morgen, schön, dass... Guten Morgen. Schön, dass die alle hergekommen sind. Ähm, um... Wenn die in dem Tempo weitermacht, dann sitzen wir morgen noch hier. Tanja, guckst du dir doch an, sie ist doch ohnehin schon zurzeit fertig. Leider kann Ansgar von Lahnstein heute nicht hier sein. Vielleicht haben sie ja schon das Memo gelesen. Ab heute bin ich seine offizielle Stellvertreterin. Wie Sie wissen, war ich die Designassistentin von Rebecca von Lahnstein. Ja, also man kann nicht behaupten, dass ich vor Erfahrung aus allen Nähten platzen werde. Aber ich werde mein Bestes geben. Nicht nur, weil sie das von mir erwarten können, sondern auch, weil mein Vater mich dann seinen ganzen Kopf kürzer machen wird. Also ich hoffe, dass wir gut und konstruktiv miteinander arbeiten können. Und wenn doch mal irgendwas anstehen sollte, dann kommen sie einfach zu mir und wir finden eine Lösung. Ja, sonst bleibt eigentlich alles wie gehabt. Gut, das war's dann auch schon. Vielen Dank. Applaus